Hoi miteinander, ich bin Adrian und ich mache meine Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt hier bei MedMix. Heute zeige ich euch meinen Alltag, kommt doch mit. Als Fachmann Betriebsunterhalt bin ich verantwortlich, dass im, ums und auf dem Gebäude alles läuft. Wartungs- und Kontrollarbeiten gehören zu unserem Alltag dazu. Das Programmieren von Zugangsberechtigungen gehört auch zu meinen Arbeiten dazu. Das Warten und Kontrollieren von Brandmeldeanlagen liegt in unserer Verantwortung. An meinem Beruf gefällt mir das vielseitige und selbstständige Arbeiten und dass ich diverse handwerkliche Tätigkeiten erlernen darf. Für MedMix habe ich mich entschieden, weil ich mich sofort im Team wohlgefühlt habe und ich gesehen habe, dass man in so einem grossen Betrieb viele Möglichkeiten hat. Sachen, die wir nicht selber machen können, übergeben wir externe Firmen. Die empfangen wir und weisen sie ein. Wenn ich dieses Interesse geweckt habe, komm doch mal zu uns schnuppern, es würde uns freuen.